Hier ist hier mal der Shoppingcenter. Einfach schön eingerichtet. Man kriegt alles, was man mag. Sonnencreme, Aufkleber, Jufi, was man mag, was man halt so für Kinder. Ein paar Bücher, tolles, hier hinten Kinderstühle. Hier herum kann man sich sogar eine Krone kaufen, wenn man das Hotel von oben sehen möchte.